Jaja, was da los, hier ist wieder der Benni und der Haubner von die Badeszocken zu einem neuen Fortnite Video und heute gibt es wieder Champions League, wir machen heute etwas geiles, wir gucken uns heute die Stats der Gegner an, die wir weggeholt haben und von denen wir weggeholt wurden, also mal gucken, wie gut die sind, wie stark die sind, ich bin mega gespannt drauf, hoffentlich freut ihr euch drauf und ich würde sagen, wir legen los, let's go! So Leute, auf geht's wie immer, tiltet, mal ein paar Gegner wegrasieren und ja, wir werden hier wieder landen, versuchen ein bisschen abzugehen und hoffentlich den einen oder anderen Fight direkt bekommen, um mal ein paar Punkte zu machen, weil am Anfang fighten wir gerne, haben wir letztens schon mal erwähnt, weil wir eigentlich gar nicht so kack Aim haben, ich hoffe, ich verschreie das jetzt nicht weiter, sondern es ist echt so, doch, bei mir ist einer. Mhm, ich heal kurz auf, wenn ich komme. Ich gehe weg, wahrscheinlich probate, er kommt, er kommt, er kommt, er dauert. Fuck. Ich tanz noch einmal. Ja, gib mir einen One-Shot, Alter. Motherfucker, Alter. Du bist jetzt kalt. Ja, ich heal sie. Ohrenson. Ich bleibe heimt hinter natürlich direkt, sei klar. Wir schauen, wo sie sind. Ich kann jetzt campen, bis er wegkommt, einfach. Ja, ich mach ja. Ja, ist das schon so. Denken wir ihn schon. Wie kann der da durchfallen? Ja, Leute. Ja, ich bin da angegangen, weil ich nichts hatte und gepoogiebompt wurde, aber die ersten zwei kürzen da. Ist das der gewesen, der von da auf die gegangen ist? Äh, der ist wahrscheinlich am Dach gegangen, hat eine blaue Pump gefunden, hat sich runter gebaut und ist zu mir umgecrushed. Ah. Aber zwei Pugelbomben haben wir natürlich auch gekonnt gehabt, da habe ich mich mit abballern können. Gut angefangen. Okay, geht der Scheiß wiederbleiben, denkst du. Jetzt ist es gerade wichtig. Jetzt haben wir eine ganze Silte zum Looten. Hast du gerade gebaut? Nein. Nein, über mir! Das ist richtig. Ja. Der andere hat einen Hit. Hat einen Headshot. Noch mehr Hit. Noch mehr Hit. Noch mehr Hit. Der andere wohnt natürlich auf lästig. Der ist da drin gleich. Ja. Wartest du, ist weiter. Achtung, die über uns kommt. Hinter mir. Ich muss kurz zu tief. Ja. Ich möchte eigentlich riften. Lass riften. Komm zu mir. Rift, rift, rift. Rift. Ja. Bloß auf dem höchsten Berg da, hoffe ich. Oh Leute, der hat Loot gehabt. Tschak, tschak. Alles golden eigentlich. Was? Kannst du beide Seiten kriegen. Oh, ich war ein Bauer! 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 Ich habe ein Bauer gekehlt. Ich habe einen gekehlt. Einer lebt noch. Okay. Mal kurz alles nachgeladen. Aber die da unten, die so einen Hit gekriegt haben. Ja. Nein. Oder? Da habe ich einen gehalten. Ich riften. Oh, es ist über mir! Uh! Ich muss sowas von schnell runter. Oh, ich bin weak wie sonst was. Aber ich kriege auch nicht down. Alter. Wie weit bin ich gerade außerhalb hingefetzt? Das war nicht gut. Aber auf richtig ungut ist das gerade. Ich habe keine Mets mehr. Ich bin down. Ich bin außerhalb von vorne. Ich bin außerhalb von vorne. Ah, der stirbt jetzt. Oder auch nicht. Geh doch down, du scheiß Krüppel! Nein! Ich bin down! Nice one. Alter, der hat ja ein Massen. Das ist unsere Wand, glaube ich sogar. Oder auch nicht. Achtung! Du bist dran. Hat er da jetzt eine Wand platziert, der Arsch. Nein! Ich kriege einen Kill nicht mehr, oder? Nein! 324 Kumpel. Der hat die ganze Wände platziert. Das war sicher der Idiot. Der hat selber alles platziert gehabt. Und ist dann nicht mehr rausgekommen. Oder der eine Escape mit 13 Kp gegen ihn. Das habe ich auch gefällt. Die nächste Runde, Leute. Mal gucken, wer es jetzt entzielt jetzt abgeht. Ja, da kommt auf jeden Fall jemand mit, der Bock hat gegen ein paar Fights. What? Ginge direkt auf mich, oder was? Ja, dann rennt er nach mir. Mit Impuls sogar richtig auf Tryhard. Ah, der ist so gelasert worden. Der 10 AP von mir. Ich hole mir den. Ich versuche es zumindest. Wenn wir so. Klopfen. Alles. Wo? Ähm, Dackel und Pushtzeug nochmal. Weil der ist so ein Tryhard, oder? Ja. 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 Er hat sich einbaut unten. Er kann nicht viel zum bauen haben. Ist out of town. Ist down. Nice fun. Let's go. Ja, ist eben nur immer zwei da. Ja. Geh mir schnell was. Du hast auch einen Shotgun gehabt, oder? Ja. 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 Was ist's tot. Ich höre Steps von mir. Äh, komm einmal zu mir direkt. Ja, der ist über dir. Ja. Ist oben am Highcrowned am Berg. Ähm. Er hat minus 72 einer. Warum pusht er da noch weiter, Alter? Er hat noch mal hinten und ist ganz oben. Achso, das bist du. Achtung! Der ist direkt über dir. Lass runtergehen. Alter, was? Der hat noch mal minus 92. Hörer. Der hat noch 120 minus 120 bei mir. Kannst du auch editieren. Hinter dir eine andere. Was? Ich habe nur einen Shot gegeben. Wie viel AP hat der gehabt? Die haben da wieder so viel Leben gehabt. Das gibt es gar nicht. Was wir damage gemacht haben bei denen. Achtung! Hinter uns kommen welche. Und Hit ist los! Ja, ich bin weit weg. Der hat weiß gehabt. Nein! Dahinter ist er geflogen. War weiß. Minus 29. Da ist er. Ich baue es. Siehst du? Da? Ich baue es gerade ein. Ich werde doch nicht so viel Heal holen, oder? So, da kann es mehr. Ich glaube, er hat nur Leben gekriegt. Der fällt nicht fix. Nimm dich. Nice one. Let's go. Der hat viel Sturmgewehr, Mann. Ich habe dir 500 Shots. Hinten ist ein Baller. Er ist down. Hot Hit. Holen wir uns ja den. Komm, let's go. Der ist schlecht. Ach, der andere Baller kommt auch. Der andere ist weak. Der andere ist weak. Ich habe den. Der andere ist weak. Der riftet. Lass ihn riftet mit rein. Da bei mir. Ich bin drinnen. Ich fliege in die Zone. Ich weiß nicht, wo ich bin. Er fliegt vielleicht. Er fliegt vielleicht auf Polar Peak auf. Ja. Ich muss den eigentlich challengen. Der ist One-Shot, Leute. Oh, ich habe ihn noch genockt. Kannst du zu mir kommen? Das wäre weg. Nein, ich kann nicht runter. Ich schaue, ob der vielleicht ein Jump Pack gehabt hat. Irgendwas zum Escapen. Nein, gar nichts. Ich kann nur von oben runter schießen. Ich schieße mich leider von hinten ab. Ja, die kommen. Der ist close. Das soll jetzt eigentlich nicht riskieren. Dann ziehe ich durch. Nein. Komm rauf zu mir. Nein, Alter. Schieß mal runter. Vielleicht kannst du ihn finishen. Der fightet jetzt auch in die anderen. Was hinter ihm gekommen sind. Nein, da sind zwei mit riftet durchgezogen. Ja, aber der andere ist auf jeden Fall genockt. Der kann nicht durchgezogen sein. Die kommen auf. Fuck, oder? Nein. Doch, die sind oben gelaunt. Oh! Nice fun. Nice down. Ich habe einen Kill gemacht. Das war ein across the web Shot, Alter. Da ist ein Wig unten. Der hat weißes Leben. Ja, segnen. Nein! Ein Hit hat der andere. Seck mal jump halt durch. Der andere hat minus 52. Der hat nur einen Hit bekommen. Da fliegt er. Der hat minus 52. Ja, ich kann da welche droppen. Er hat einen Hedgehog direkt. Oh mein Gott, Shield Brake. Des Todes. Ja, er fliegt. Bei uns. Da hinten. Da könnten wir runter pushen sonst. Ah, die haben Sniper. Achtung. Der hat Shield Brake wieder. Da. Motherfuck, Alter. Der hat minus 26. Da eine. Der eine rennt mit Bogen. Die ganze Zeit um, Adam. Ja, wir sollten in die Zone. Wir kommen da nicht hin. Du hast ja kein Rift mehr, gell. Jump halt, hätte ich nur zwei. Du platzierst, jump halt da. Bist du bei mir? Ich kann da da Minis droppen. Du einbaut kurz. Was? Nein. Ah, wo ist denn da die scheiß Zone? Das fehlt mir grad so. So. Ich droppe da da ein Minis ab. Ja. Liegt? Achso, scheiße liegt nicht. Hallo! Er hebt noch nicht mehr auf. Fuck. Hast du da drauf? Ja, ist ab. Die Zone ist aber in unsere Richtung. Dann auf jeden Fall da jetzt ein paar Kills. Ich hab nicht mehr so viele Metz. Und die leben auch nicht mehr. Ich hab einen Kill gekriegt. Ich hab einen Kill. Alter, das war grad so der Boss-Move einfach. Nein, der andere. Ich wollte noch finishen. Von oben schießt er mich an. Da ist einer Nog neben mir. Nice. Ja. Ja. Still secured. Okay, geil. Ich bin down. Kill gekriegt. Ich hab nur eine Jump-Pet zum Fliegen. Irgendwo ist es nachgeladen. Okay. Oh! Zum Glück war da nix. Das war verdammt eng, Alter. Du musst jetzt so weit rein messen. Alter, die oben, die ist unten. Fuck you! Fuck you! Wie unneidig. Ich hoffe, du kannst jetzt wieder Raketen öffnen und oben ballern oder so. Hä? Unter mir. Alter, du musst jetzt so weit runter. Oh! Wir haben wieder nix connected. Ich wollte grad so. Kein einziger Schuss. Dann ist er. Nice. Mit der dafür wieder connected. Das ist auch skandalös. Ich weiß nicht. Oh Gott! Ja, du musst am High-Ground. Das ist ein Team, Alter! Oh! Fuck! Meileid! Siebter! Nein! Die haben da noch genockt. Die Kill auch noch gekriegt. Aber... Die haben fix wieder nicht zählt. Das hat fix nicht zählt, äh. Fuck. Aber wie die Hand das nicht gecheckt hat, dass du da neben ihm stehst. Die haben über... Aber wie wenig mit der Skar connected ist, Alter! Aber bei dem einen war ich die ganze Zeit drauf nix connected. Jetzt hast du noch einiges. Ah. Das schwingt vorbei, ja. So viel. Ohrensam. Hätte der ist einer... Oh Gott! Der ist rot gefroren. Was?! Von wo kommst du denn her?! Haben die grad da... Beschneidungen doch?! Schau mal. 14 kills. Das war der, was mich auch geholt hat. Das sind die besten Spieler der Welt. Äh. Was hat sein Teammate? Wie viele Kills hat der gemacht? Irgendwie wird mir einer interessieren. Kann man auch schauen. Envious, Riff... Ich möchte so gern wissen, wie viele Punkte die einfach haben. Ah, und da hat auch ein paar Skript. So Leute, wir hoffen, bei euch hat's auch gefallen. Das gerne ein Like da. Wir sehen uns wie immer. Bis morgen. Tschau! Waren auf jeden Fall ein paar Tryhards auch dabei. Der eine mit einer 17er KD. Holy shit!